schwarz und dreckig hier geht's nicht weiter okay da du bist schon oben war ja klar denn es geht immerhin wo der das kommt jetzt da kommt er ich habe eine überraschung für euch hier wir können wir dich mal um eine hologram dann ist das einfacher danke war das der einzige ich glaube ich das nicht ich weiß genau ich muss dir erst zeigen wie du die barriere des bootsmanns runterfährst ich möchte aber dass wir zusammenarbeiten okay erst hier lang vertraut der sache ganz und gar nicht wollen wir es hier raus gehen willi jungs und ich freunde werden der hat lange nicht überlebt er ist den wunderschönen clappi vogel nein meine granate ist runtergekommen die alte sau ach die sind alle über uns okay alter der nix macht man auf der gleichen stelle alter es kommt das da ist ihm geht mir darum leicht auf den ps meine panzer du bist du schon wieder die politik ist gut das ist für laser unter hunger okay ich fange unten zu mitzeln komm gib mir bitte doppelwaffen gib mir bitte doppelwaffen die haben wir schon mal fertig ich kümmere mich um die nächsten hier bitteschön das sind die anderen granaten euch sterb gleich und zwei ja gut das ist auch geil das geht schneller aber nicht volles leben da geht das schneller ich brauche nur granaten ich brauche nur granaten noch mal was ist es gemein weil komm gib mir mit der fähigkeit ja super wird auch zeit kann mich jetzt sagt mich mal am arsch lecken hier einfach weiter scheiß bad ass ey wie gepottsau der schon tot ist? mhm voll schnell nachgeladen ja wenn das einmal so in schwung kommt dann lädt das voll schnell nach ja weil ich einmal unterbrochen hatte mit den nachgeladen deswegen hier faust ja faust in die fresse oh granaten nice und tschüss da oben ist nichts ist da oben was auch nichts guten tag hallo ist jemand zuhause? äh alle Eier in der Pfanne alle Eier in der Pfanne es heißt bevor der Bootsmann zu einem wilden wurde war er ein begnadeter KI-Technik warum rennt du eigentlich weiter? sammelt was ist denn da? gar nichts ach so super ach so schnell geunfeuert das Tassel war nichts tolles ja dann und nur Schrottwaffen momentan können wir eh doch nur Schrottwaffen damit gab es die Glück kriegen wir was besseres wenn dann im Shop ja das koste Schweine für Geld das wir uns dann wieder nicht leisten können naja ja 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 oh Sprungpads huiii hallo oh oh shop 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 ja shop shop das ist gut was gibt es denn hier der verschub toll wie schnell der Kampf reingerückt alter fünftausend er wollte mich ärgern? why brauchst du doch nicht das denkst ich brauch das eher ja genau dass du das eher brauchst mhm ja wegen der Luftkapazität du Arsch stimmt aber wegen den Nahkampfschaden und so'n Quatsch ne brauchst du nicht quasi komm mach offen naja ich sage dir heimlich was zu tun ist und aktualisier' gegebenenfalls wir haben ne Stunde ja lass uns erst mal cutten kurz nen Cut noch machen ja erst mal cutten wie gesagt dann cutten wir mal noch runter kurz lass uns so einen gelabern lassen ok dann werden wir sagen dann cutten wir erst mal und bis später dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020